Johannes Oerding hat ein riesengroßes Herz. Das hat er bei seinem letzten Auftritt mal wieder unter Beweis gestellt. Johannes Oerding hat keine leichte Zeit hinter sich. Vor kurzem gab er die Trennung von seiner Langzeitfreundin Ina Müller bekannt. Seitdem stürzt er sich in die Arbeit. Bei seinem Konzert in Friedberg kam es zu einem ganz besonderen Moment. Johannes Oerding erfüllt einen großen Wunsch. Der kleine Paul hatte extra ein Schild für Johannes gebastelt und es den ganzen Abend in die Luft gehalten. Als der Seger seinen Fan entdeckte, ging er zu ihm. Und fragte, hast du ein Lieblingslied von mir, das du gerne mal hören willst? Pauls Wunsch, der Sonne hinterher. Obwohl Johannes den Text erst mal googeln musste, trällerte er den Lieblingssong des Jungen und berührte damit alle. Die Fans sind hin und weg von der süßen Aktion. Unter dem Video, das er auf Instagram hochgeladen hat, sammeln sich Kommentare wie Dieser Mann ist super sympathisch. Er trägt das Herz am rechten Fleck und ein unvergesslicher Abend. Der Moment mit dem kleinen Paul war so herzerwärmend und zeigt, was für empathischer Mensch du bist. Und wieder lädt die Australien zum anderen Schulz. Der Moment mit dem Handy. Der Moment mit dem Handy. Untertitelung des ZDF, 2020